Hallo bei Leppos Video. Das ist im übrigen die Adresse wo ihr eure Messerschablonen hinschicken könnt, sollt, müsst. Schön aufgeschrieben von Beni. Der hat mir seine Messervorlage geschickt. Die ist in der Rettung mit den Messervorlagen und hier drin sind die teuflischen Mini Schilden. Da sind noch viel mehr drin. Danke nochmal an dich, Beni. Ich hoffe die werden was. Ich sag dir mal meine. Die sind nicht so red. Die werde ich mal abernten. Und dann hoffe ich mal, dass die überleben. Die haben irgendwie so Viecher drin. Ich hab sie schon in den Wasserbad gestellt. Tja. Aber zum Ernten sind die immer noch gut. Die sind auch sauscharf. Genauso scharf wie deine. Ich hab die mal pur probiert. Beide. Mh. 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 Also das sollte niemand machen. So. Danke und tschüss, euer Leppos. Uh. YouTuber Vielen Dank.